Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 29. Dezember. Gutachten zu gerissenen Schafen bei Biedenkopf liegt vor, Neues zur Ahrtal-Kaserne und was Hessens neue Regierung für Umwelt- und Klimaschutz tun will. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Freispruch für den Wolf im Fall zweier gerissener Schafe bei Biedenkopf. Im November entdeckte Schäfer Matthias Bäumler Spieß ein gerissenes und ein verletztes Schaf in seiner Herde zwischen Oberasfe und Decksbach. Das verletzte Tier wurde wenige Tage später ebenfalls gerissen. Aufgrund der Größe des zuerst gerissenen Box stand schnell ein Wolf als mutmaßlicher Täter unter Verdacht. Überraschend wäre das nicht, denn immer wieder werden in Nord- und Mittelhessen Wölfe gesichtet oder ihre Spuren an gerissenen Tieren nachgewiesen. Laut hessischem Wolfszentrum hat unter anderem eine Wölfin am 12. November ein Reh bei Solms, am 13. November dann eine Ziege bei Wetzlar gerissen. Eine gentechnische Untersuchung sollte Klarheit bringen, welches Tier für den Tod der beiden Schafe verantwortlich war. Inzwischen liegen die Ergebnisse vor. Laut der Analyse war es vermutlich ein Hund. Offenbar ist durch den teilweise offenen Zaun ein Tier eingedrungen und hat die beiden Schafe gerissen. Wie geht es mit der früheren Ahrtal-Kaserne in Herborn-Seelbach weiter? Noch im Februar 2023 hatten die Stadtverordneten den Magistrat einstimmig beauftragt, Verhandlungen mit den Eigentümern der Straßen aufzunehmen. Das Ziel, sie sollten in städtisches Eigentum übergehen, um den Bereich optimal zu nutzen. Vor allem die Perspektiven für Gewerbe wurden dabei immer wieder genannt. Doch lange tat sich nichts. Im November hieß es dann, dass die Stadt als mögliche neue Eigentümerin zudem etwa 3,5 Millionen Euro in ein neues Abwassernetz investieren müsste. Eine teure Angelegenheit, die dann gestemmt werden muss. Zumindest seien nach Verhandlungen nun alle Eigentümer der Straßen bereit, diese an die Stadt zu übertragen. Doch das letzte Wort zur Kaserne ist noch lange nicht gesprochen. Die Ausschüsse werden das im kommenden Jahr wieder wieder aufgreifen. In der Hoffnung, dass es dann vorangeht. Ein 37-jähriger Mann aus Grünberg soll seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin im Streit einen Finger abgetrennt haben. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten am Mittwoch gegen 20 Uhr in die Berliner Straße in Grünberg gerufen. Dort habe es in einem Mehrfamilienhaus einen Streit zwischen den Lebenspartnern geben. Bei diesem Streit soll, so die bisherigen Ermittlungen, der 37-Jährige mit einem Messer der Frau den kleinen Finger der linken Hand abgetrennt haben. Die verletzte Frau wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Die genauen Hintergründe des Streits sind noch unklar. Laut Zeugen waren beide Personen betrunken. Für eine 58-jährige Kita-Leiterin, die 27 Jahre lang in einer kirchlichen Kindertagesstätte im Hinterland tätig war, endete ihre Karriere nach einem tiefen Zerwürfnis mit ihrem Arbeitgeber, mit einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht Gießen. Die Rechtsanwältin der Gegenseite schilderte massive Probleme seit 2019, darunter Beschwerden über mangelnde Empathie der Leiterin. An einem Elternabend sei explizit ihre Entlassung gefordert worden. Die Kita-Leiterin lehnte eine Rückstufung zur normalen Erzieherin ab, woraufhin sie entlassen wurde, und dagegen klagte. Die vorsitzende Richterin hob hervor, dass das Arbeitsverhältnis zuvor lange gut funktioniert hatte. Schließlich einigten sich die Parteien darauf, dass das Arbeitsverhältnis aus betrieblichen Gründen zum 30. Juni 2024 endet, mit voller Bezahlung bis dahin und einer Abfindung von 35.000 Euro. Weitere Vorwürfe, wie ein Verstoß gegen den Datenschutz, wurden im Rahmen des Vergleichs fallen gelassen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu laufen noch. Die Frau beteuerte ihre Unschuld. In Hessen haben CDU und SPD einen Koalitionsvertrag für Klimaneutralität bis 2045 vereinbart, mit Fokus auf technologieoffene Klimaschutzmaßnahmen. Ein Schwerpunkt liegt auf erneuerbaren Energien, insbesondere Sonne und Wind. Geplant sind unter anderem ein Balkonkraftwerkeprogramm und der Ausbau der Windenergie. Beim Naturschutz soll der Fokus auf produktionsintegrierter Umsetzung liegen, mit Überarbeitung im Naturschutzgesetz und Entbürokratisierung. Der sogenannte Zukunftsplan Wasser und das 100-wilde-Bäche-Programm bleiben bestehen, während die Nutzung von aufbereitetem Oberflächenwasser gefördert wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.